Einen schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren unseres auch heute wieder großen Auditoriums bei unserem heutigen Webinar Straßenbau stoppen, wie geht das? ist der Titel unseres Webinars und wir haben heute zwei Gäste da, die es geschafft haben, ein Straßenbauvorhaben zu stoppen, zumindest einen Bürgerentscheid zu gewinnen, der das beabsichtigt, nämlich in der Gemeinde Holzkirchen, Ulrike und Johannes Küster. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich komme gleich zu euch, vorab vielleicht noch kurz als Einleitung, worum machen wir das? Ich habe geschaut, wer so angemeldet ist, also viele von euch kenne ich, KommunalpolitikerInnen, AktivistInnen in Straßenbaubürgerinitiativen, zwei Landtagskolleginnen von mir sind auch angemeldet, die Rose Steinberger aus Niederbayern und Christina Haubrich aus Schwaben. Bei euch beiden gibt es auch gruselige Straßenbauprojekte, wir haben ja schon Ortstermine gehabt und alles und auch Leute vom VCD, auch vom Landesvorstand sind da, herzlich willkommen. Also es ist wirklich ein Auditorium, das sich außerordentlich für das Thema interessiert und die Frage, warum Straßenbau stoppen, die stellt sich für euch nicht, weil ihr damit beschäftigt seid und deswegen seid ihr auch alle da. Nichtsdestotrotz möchte ich auf die Dringlichkeit dieses Themas verweisen, denn den Straßenbau zu stoppen ist jetzt nicht nur eine lokale Sache, jeweils irgendwo vor Ort in Bayern, wo es an einer Stelle vielleicht jetzt gerade blöd ist, weil da schöne Natur ist oder weil da Ackerflächen sind oder weil da neue Betroffene entstehen. Das Situation haben wir eigentlich immer, sondern es hat noch eine größere Dimension sozusagen über die kleine lokale Betroffenheit hinaus, sondern es hat eine große ökologische Dimension und eine große Dimension für die Verkehrswende. Deswegen ist es mir so wichtig, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen und bin so dankbar, dass sich überall in Bayern Leute damit beschäftigen, diese Straßenbauwut, die wir sehen und diese Straßenbauorgien, die wir erleben oder Planungsorgien zumindest, denen entgegenzutreten und andere bessere Mobilitätsvorstellungen entgegenzuhalten. Wir haben aktuell im Bayerischen Landtag gerade die Haushaltsberatungen zum Bayerischen Staatshaushalt viel zu spät. Eigentlich müsste das ja schon im alten Jahr gemacht worden sein. Momentan hat der Freistaat Bayern auch keinen Haushalt, weil die CSU das verplempert hat und erst jetzt seit dem neuen Jahr macht. Und wir haben die Situation, dass im Bayerischen Verkehrshaushalt, also im Verkehrsteil des Staatshaushaltes, der neue Bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter 100 Millionen Euro mehr für die Staatsstraßen einstellen lässt. Das heißt, künftig haben wir da einen Etat von 450 Millionen und nicht mehr von 350 Millionen, also fast ein Drittel mehr sozusagen. Und natürlich wird viel Geld gebraucht für die Staatsstraßensanierung und Unterhalt. Wir haben sehr viele marode Brücken, wir haben viele Schlaglochstrecken. Da muss man was machen, das ist klar, das würden wir Grüne auch. Wir würden auch gerne da ein bisschen mehr machen, weil unterlassener Bauunterhalt kommt teuer am Ende des Tages, noch teurer als sonst. Deswegen ist Sanierung und Bestandseherhalt sehr wichtig. Aber in diesen 350 Millionen bisher und künftig 450 Millionen Euro ist eben ein Haufen Geld drin für den Aus- und Neubau von Staatsstraßen, für die der Freistaat Bayern alleine zuständig ist. Und genau diesen Aus- und Neubau, den brauchen wir nach meiner Auffassung, nach unserer Auffassung von dem Bündnis 90 die Grünen eben nicht mehr. Und zwar deswegen nicht mehr, weil er viele Flächen in Anspruch nimmt, das was wir eingrenzen müssen, weil er Natur zerstört, weil er neue Betroffenheiten schafft und vor allem aber auch aus Verkehrswohlen, wenn wir Sicht aus mobilitätsplanerischer Sicht, weil er den Kraftverkehr immer noch mehr bevorteilt, noch mehr beschleunigt, noch mehr Kapazitäten schafft für noch mehr Autos und noch mehr LKW. Und aus der Spirale müssen wir raus. Nach unserer Vorstellung ist das Straßennetz in Bayern und in Deutschland fertig ausgebaut. Ein paar kleine Ausnahmen mögen die Regel bestätigen, aber im Prinzip ist das fertig ausgebaut. Es geht nur noch um die Sanierung und Erhaltung und darum brauchen wir auch keinen Staatsstraßenausbauplan mehr, wie ja momentan von der Staatsregierung gerade neu fortgeschrieben wird, sondern es reicht uns, einen Staatsstraßensanierungsplan zu haben. Das wäre unser grünes Ziel. Heute, also an eurem Fallbeispiel von Ulrike und Johannes, wo man sehen kann, wie macht man das, wenn eine Straßenbau droht, Umgehungsstraße droht und man die nicht haben will. Da ist es allerdings keine Staatsstraße, sondern eine Bundesstraße. Wir sind aber trotzdem hier richtig sozusagen in einem Webinarformat bei Grünen im Bayerischen Landtag, weil ja auch die Bundesstraßen in der übertragenen Auftragsverwaltung vom Freistaat Bayern geplant und gebaut werden, nämlich von den staatlichen Bauämtern. Das sind dieselben, die auch die Staatsstraßen bauen und in der umgekehrten übertragenen Auftragsverwaltung auch viele Kreisstraßen im Übrigen, da wo die Kreise das beauftragt haben. Genau, also insofern ist das alles in Bayern beieinander, bei den staatlichen Bauämtern, hat Vor- und Nachteile. Und insofern können wir jetzt etwas, was so Planung und auch Widerstand anbetrifft, sämtliche Straßentypen, vor allem Staats- und Bundesstraßen sind sie in der Regel zusammenfassen sozusagen, weil das sind dieselben Adressaten, mit denen wir uns auseinandersetzen, auch wenn man dem Bundesstraßenbau, der Bund den Auftrag gibt und das machen lässt und das Geld gibt. So viel zur Vorrede, das soll genügen. Ich darf euch, inzwischen sind auch noch einige dazugekommen, insofern habe ich auch etwas Zeit überbrückt und wir können jetzt alle miteinander einsteigen in die Präsentation von Ulrike und Johannes Küster. Ihr habt es geschafft, Ende letzten Jahres in einem Bürgerentscheid in der Gemeinde Holzkirchen, Landkreis Miesbach ist es, also südlich von München mehr oder weniger, südöstlich von München. Ja, nicht. Ich finde schon, also nördlich ist es nicht, da wohne ich. Ein gruseliges Straßenbauprojekt per Bürgerentscheid hoffentlich final zu stoppen. Und ich bin sehr gespannt, was ihr da gemacht habt, wie ihr das gemacht habt und bin gespannt auf eure Präsentation. Ja, also vielen Dank, Markus. Wir freuen uns auch, dass wir heute da sein können und uns erzählen können. Ja, grüßt euch gut alle miteinander. Ich bin es überhaupt nicht gewohnt, jetzt über dieses GoToWebinar zu sprechen und die Leute nicht zu sehen, aber das wird trotzdem gehen. Janis und ich, wir sind halt da nur quasi als Vertretung, weil natürlich haben wir nicht Wirtswolltes geschafft, sondern ein großes Team. Wir waren also in unserem OV ein engagiertes, großes Team und wir haben ein großes, breites Bündnis geschlossen, mit dem wir wahnsinnig gut zusammengearbeitet haben und ganz kreativ und positiv unterwegs waren. Ich fange jetzt mal an mit der Bildschirmpräsentation. Moment. Das ist nichts. Seht ihr das jetzt? Ja, wunderbar. Das ist ein Post, den wir auf Social Media relativ zum Ende der Kampagne gemacht haben. Also die Abstimmung war am 20. November 2022. Und ich habe jetzt das ausgesucht als Start, weil eigentlich ist damit schon wahnsinnig viel gesagt. Also man sieht eine wunderschöne Landschaft, die ja bedroht ist durch die Umfahrungen und man sieht die Aufforderung, dass man zweimal Nein stimmen soll und dass der Bürgerentscheid am 20. November ist und dass deine Stimme zählt. Also dass es wirklich auf jeden Einzelnen ankommt und wir haben ihm damit auch versucht, nochmal wirklich Leute zu mobilisieren. Bis wir aber zu diesem Post gekommen sind, war ein langer, weiter Weg. Ungefähr, also ich will es ganz kurz machen, weil natürlich das überhaupt nicht für die anderen jetzt relevant ist, aber dennoch klar macht, dass eigentlich jedes Neubau-Projekt, jedes Straßenbauprojekt eine eigene Geschichte hat und eigene Spezifika hat. Also bei uns ist das in dem Fall, dieser speziellen Südumfahrung, ist das seit 20 Jahren so gegangen. Es war am Anfang so ein Strich durch die Landschaft, der eben von der CSU sehr propagiert wurde, am Waldrand entlang, ziemlich weit weg von den Orten sogar. Und damit hat man eben gesagt, es gibt eine Verkehrsentlastung für Holzkirchen. Der Durchgangsverkehr kommt dadurch raus. Letztlich ist es dann so gewesen, dass die staatliche Bauamt Rosenheim, das für uns zuständig ist, dann die Trassen genauer geplant hat, durch Raumwiderstandsanalysen und so weiter. Und dann im Jahr 2022, nachdem mehrere Varianten abgewogen wurden, gesagt hat, diese und jene Trasse auf den Kommandano ist möglich. Und das war eine ganz andere Trasse als diejenige, die 20 Jahre vorher oder seit 20 Jahren immer wieder erwähnt worden ist und mit der die CSU auch mehrere Kommunalwahlkämpfe durchaus erfolgreich gestritten hat. Das war jetzt in Kürze dieser Weg. In dieser ganzen Zeit haben wir Grüne uns auch sehr dafür stark gemacht, dass wir ein gemeindliches Mobilitätskonzept entwickeln. Das ist dann 2017 auch einstimmig beschlossen worden im Gemeinderat. Ziel ist die Verringerung des motorisierten Individualverkehrs. Bedingung war, dass dieses Konzept umsetzbar ist, ob jetzt eine Südumfahrung gebaut wird oder eben nicht. Anders wäre es auch nicht möglich gewesen, weil die einzelnen Parteien wären natürlich nicht damit einverstanden gewesen, wenn die Südumfahrung Bedingungen oder eben Ausschluss gewesen wäre von so einem Mobilitätskonzept. Wie kommen wir zum Bürgerentscheid? Das Straßenbauamt Rosenheim, das staatliche Bauamt, hat gesagt, sie möchten ein eindeutiges Votum der am stärksten betroffenen Gemeinde von einer möglichen Südumfahrung. Und das ist eben Heizkirchen. Wie dieses Votum zustande kommt, war ihnen egal. Es hätte auch ein Gemeinderatsbeschluss sein können. Aber eigentlich haben sämtliche Bürgermeisterkandidatinnen im Vorfeld der letzten Kommunalwahl gesagt, nein, wir würden einen Bürgerentscheid favorisieren. Und darum ist dann eben per Ratsbegehren dieses Bürgerentscheid gemacht worden. Ja, jetzt hängt meine Präsentation. Präsentation nicht. War sie nicht, warum? Ah, jetzt erst. So, Ablauf der Planung, ich denke, das ist eigentlich so das Übliche für eine Kampagnenplanung. Also man stellt Teams zusammen, man muss einen Zeitplan und einen Finanzplan erstellen, Strategie entwickeln und dann eben diese Aktionen durchführen. Dieses Ratsbegehren ist am 19.07.2022 beschlossen worden. Und am 20.11. war der Bürgerentscheid. Wir waren aber vorbereitet. Wir haben also vorher schon Teams gehabt und haben auch vorher schon diesen Zeit- und Finanzplan erstellt. Und warum geht das wieder nicht jetzt? Wir haben zwei Teams gehabt. Das eine ist eben das Team, das grüne Team vom UFA-Holz-Kirken. Das, was hier rechts oben steht jetzt. Genau. Das ist vom Vorstand beschlossen worden, dass ein spezielles Team sich mit der Kampagnenplanung, mit der Umsetzung auseinandersetzt und eben wirklich da eigenständig handelt. In diesem Team drin war unsere Sprecherin, die Dorothea Deutsch, die, glaube ich, heute auch dabei ist, soweit ich weiß. Es waren die zwei Traktionssprecherinnen unserer Grünen-Gemeinderatsfraktion dabei. Es war jemand dabei, der überhaupt nicht Mitglied ist, aber wahnsinnig engagiert war und sehr wertvolle Beiträge geleistet hat. Und es waren der Johannes und ich. Johannes war zeitlang UV-Sprecher in UFA-Holz-Kirchen und ich war eben lange Zeit im Gemeinderat und Kreisrätin. Und wir haben eben wirklich diese Straße seit letztlich 20 Jahren begleitet. Dazu haben wir natürlich eigenständig noch ein Social-Media-Team des UFA-Holz, das dann auch tätig worden ist. Und wir haben uns an die Grünen der betroffenen Nachbargemeinden abgestimmt. Ja, die Rolle der Grünen-Gemeinderatsfraktion, die war vor allen Dingen, nachdem dieser Bürgerentscheid beschlossen war, dass sie auf korrekte Durchführung achtet. Eben dieses Paritätsgebot, dass keine Seite benachteiligt dargestellt werden darf oder bevorzugt werden darf. Und ja, einfach die Durchführung des Bürgerentscheids. Wir haben keine eigene Satzung gehabt. Ich würde jeder Gemeinde raten, darauf zu achten, dass man eine Bürgerentscheid-Satzung aufstellt. Dass das dann geklärt ist und man nicht praktisch Operationen am offenen Herzen durchführt. Bei unseren Infoständen war natürlich die Gemeinderäte präsent und als Testimonials zeige ich nachher noch was. Und ansonsten waren die frei für diese ganzen anderen kommunalpolitischen Aufgaben, die ja weiterlaufen. Dann haben wir eben ein Bündnis gegründet mit insgesamt zwölf Bündnispartnern. Die wichtigsten davon waren letztlich die Parteien, Grüne SPD, ÖDP und der ADFC, der Bund Naturschutz und die Bürgervereinigung gegen die geplanten EOS-Straßen e.V. Die gibt es also seit 30 Jahren ungefähr. Die waren eben die wichtigsten, also die größten Player sozusagen. Alles sehr vielfältig und wir haben uns geeint mit dem Ziel Heimat erhalten, zweimal Nein zu den Umgehungsstraßen. Wir haben uns eben auch schon getroffen, bevor der Beschluss gefasst wurde und haben dann entsprechend auch eine Pressemitteilung vorbereitet. Wir haben vereinbart, das wird ja für ganz wichtig, wir machen gemeinsame Aktionen unter dem gemeinsamen Dach, aber jeder kann zusätzlich auch noch seine eigenen Sachen machen. Wir haben auch zum Beispiel einen eigenen grünen Flyer gemacht und eigene grüne Plakate. Bund Naturschutz hat auch eigene Plakate gemacht und so weiter. Wichtig war natürlich, dass man gemeinsame Argumentationslinien hat und die Finanzierung, da haben wir es so geschmacht, ganz kurz. Wir haben einen gewissen Betrag zur Bürgervereinigung, weil deren einziger Satzungszweck die Verhinderung dieser Umgehungsstraßen war. Der Zeitplan war so. Wir haben uns eigentlich bis sechs Wochen vor dem Entscheid praktisch alles vorbereitet. Das ist ja immer das Ziel, das ist uns weitgehend gelungen, aber natürlich doch nicht ganz. Aber zum 8. Oktober, also sechs Wochen vorher, haben wir praktisch unsere neue Website veröffentlicht. Das haben wir einfach umgestaltet mit wahnsinnig vielen Argumentationen. Die könnt ihr euch auch alle nochmal anschauen. Das ist nur eine Ebene tiefer gerutscht worden auf grüne-holzkirchen.de, ist das alles nur zu finden, was wir da aufgebaut haben. Und wir haben eben mit diesem Bündnis Beste Gegend so einen Kick-Off gemacht. Also wir haben da erst dieses Beste Gegend den Namen bekannt gegeben, haben den ersten Flyer rausgegeben. Und ja, dann ist dann passiert, dass offensichtlich irgendjemand unser Logo gesehen hat vorher. Das Logo der besten Gegend, das wir nachher noch zeigen. Und auf Straßen gesprüht hat, ja, und das hat aber eigentlich für uns eine ganz gute Werbung gebracht. Also damit war die Beste Gegend über Nacht bekannt, die gab es ja vorher nicht. Wir haben dann speziell die Herausforderungen und Risiken überlegt, um da eine Strategie zu entwickeln. Die meisten unserer Holzkircheninnen haben ja nicht gewusst, wo die Trassen laufen, weil ja 20 Jahre andere Trasse favorisiert worden ist oder von einer anderen Trasse die Rede war. Und was den wenigsten auch bekannt war, war, dass mit dem Ausbau, mit der Südumfahrung verbunden gewesen wäre, ein Ausbau der B318 vierstreifig bis zur möglichen Anschlussstelle dieser Südumfahrung. Kommen von der Autobahn, da ist das erste Stück ausgebaut, aber es ist kein weiterer Ausbau mehr vorgesehen. Nur noch ein Schluss von 30 Metern, aber nicht mehr mehr. Das wusste aber auch niemand und es war auch nicht Teil der Abstimmung. Die Verwaltung hat sich überhaupt mit Informationen sehr zurückgehalten. Und ja, die Befürworter waren ja sehr, auch seit langem organisiert und durchaus stark und sichtbar und durchaus auch auf Seiten der CSU und Freien Wähler immer zu sehen. Das hat sich aber dann gegeben, als die Trassen festgelegt wurden. Das waren unsere Chancen dann eben auch. Denn die CSU, das habe ich jetzt ganz unten stehen, die CSU und die Freien Wähler haben zu diesen neuen Trassen nicht Stellung bezogen, weil sie eigentlich nicht gewusst haben, was sie davon halten sollen. Die waren ja ganz anders, als die von ihnen favorisierten. Und deswegen waren eben auch diese Straßenbefürworter überhaupt nicht offiziell unterstützt von einer Partei. Und wie sich dann gezeigt hat, waren die auch nicht auf Social Media organisiert, was man natürlich damals noch nicht gewusst hat. Ja, weitere Chancen waren eben tatsächlich diese Trassen, die ganz unpopulär waren, wirklich ganz sichtbar durch Naherholungsgebiete gegangen sind, an kleinen Weilern sehr direkt vorbei. Die Chance war eben dieser vierstreifige Ausbau der B318, der halt auch wahnsinnigen Flächenverbrauch nochmal bedeutet. Und unsere große Chance war das gemeindliche Verkehrskonzept, das wir eben seit 2018 haben, das mit und ohne Umfahrungsstraßen realisierbar ist. Unsere Vorteile waren natürlich diese finanzkräftige Bürgervereinigung, die sich seit Jahrzehnten für diesen Tag X vorbereitet hat und unser starkes Bündnis. Daraus haben wir jetzt diese Strategie abgeleitet. Wir brauchen eine hohe Wahlbeteiligung. Denn die Gegner, also die Befürworter dieser Straße, die werden zur Wahl gehen. Die wissen das auch, weil die die Straße unbedingt wollen. Und es gibt aber viele, die sich selber nicht unmittelbar betroffen fühlen und die eben vermeintlich keinen Vorteil davon haben, wenn die Stasi nicht kommt. Also es war klar, wir brauchen eine hohe Wahlbeteiligung und wir müssen viele Bürger in den motivieren und eben eine Betroffenheit herstellen. Was wir gemacht haben, über diese Sache werden unsere Naherholungsgebiete zerstört. Dann müssen wir klar informieren, um welche Trassen geht es jetzt. Es geht immer mal neu, es gibt neue Trassen. Das Übliche natürlich, man muss die Argumente der anderen anvisieren und vorweg agieren. Und unser Bündnis hat immer auf Einheit und Vielfalt gesetzt. Jeder sollte eben seine speziellen Sachen auch loswerden können und seine Schwerpunkte setzen können. Und eine wichtige Linie, auf die wir uns geeinigt haben, war, dass wir auf Leserbriefe von den Straßenbefürwortern überhaupt nicht eingehen. Dass wir nur unsere Argumente bringen. Das haben die anderen nicht gemacht. Die haben sehr wohl unsere Argumente wiederholt, was durchaus, was auf uns recht positiv gewirkt hat. Unsere Botschaft war eben einfach, wir brauchen diese Straßen nicht, weil der Nutzen ist sehr klein und auch nur für sehr wenige. Es gibt natürlich durchaus Anwohner in Holzkirchen an diesen Durchgangsstraßen, Sölzer Straße, Degernseer Straße, die eine Entlastung erfahren würden durch diese Straßen. Aber in der Abwägung ist der Schaden einfach zu groß durch die Zerstörung von Landwirtschaft und Landwirtschaftlichen Flächen, von nahewohnungsgebieten und Naturraum. Und die Lösung ist eben, dass wir uns mit unserem gemeindlichen Mobilitätskonzept ohne neue Straßen in Gesamtholzkirchen den Autoverkehr um bis zu 50 Prozent verringern können. Das waren also Zahlen wirklich aus dem Mobilitätskonzept. Und da sieht man eben schon, wie wichtig dieses Mobilitätskonzept einfach war, auch für unsere Argumentation. Denn die Leute wollten durchaus, also die wollten Alternativen wissen. Ja, wir brauchen doch die Straßen, was können wir denn sonst tun? Und wir konnten halt zeigen, was wir sonst tun, was wir sonst tun können. Ja, was ich auch gelernt habe, wie wichtig dieser Dreiklang einer Kampagne ist, informieren, emotionalisieren und aktivieren. Also wir mussten halt, also informieren, es gibt überhaupt den Bürgerentscheid, wie verlaufen die Trassen, wie B318 wird ausgebaut. Das Ganze auch mit Hilfe einer guten Karte, da sagt der Johannes Kleiner was dazu. Emotionalisieren hauptsächlich mit Bildern, wie muss man das darstellen, kleiner Nutzen, großer Schaden. Unsere beste Gegend muss erhalten werden und wir haben dann auch beim Bündnis beste Gegend zum Beispiel an die Generationen gedacht und praktisch Oma und Opa dazu aufgerufen, dass sie an ihre Enkelkinder denken bei der Abstimmung und halt da verschiedene Bilder und Motive zeigen, wie geht's. Und dann natürlich immer noch wichtig, dieses Aktivieren immer dabei, zweimal Nein ankreuzen am 20. November, Briefwahl nutzen und wer gesagt hat, ja klar, ich stimme mit zweimal Nein, dann haben wir auch immer noch motiviert, ja bitte auch andere überzeugen, die ganzen Infos weitergeben. Was haben wir gemacht? Wir haben Webseiten gemacht. Also wir haben eine kleine Seite oder eine Seite von Bündnis beste Gegend gemacht und die meisten der beteiligten Bündnispartner haben noch eine eigene Webseite gemacht, so wie wir, die eben sehr, also unsere war speziell sehr informativ und wir haben da wahnsinnig viel Zeit investiert. Und das möchte ich eigentlich schon jeden auch ermuntern, das zu tun. Diese Webseite war, wir können es jetzt mal anschauen, die war wirklich mit allen möglichen Argumenten unterfüttert, mit Bildern, mit Darstellungen, mit Informationen und es hat uns wahnsinnig geholfen als Rückgrat. Wir konnten auch selber wieder darauf hinweisen, wir konnten Textbausteine aus der Webseite hernehmen für die Beantwortung von Briefen. Wir konnten auch dann Posts draus machen für Social Media. Unsere Leute an Infoständen, die sich vielleicht manchmal auch nicht so sicher gefühlt haben, konnten dann auf die Webseite hinweisen, dass dort mehr Argumente draufstehen oder selber nachlesen. Und wir haben da zum Beispiel eine Seite gehabt, Frequently Asked Questions, die haben wir natürlich schon vorbereitet. Das war letztlich die gleiche Argumentation nochmal in einer anderen Darstellung, aber das war auch dafür gedacht, dass wir natürlich dann was ergänzen können. Also wenn da Fragen auftauchen oder wenn eben andere Behauptungen, falsche Behauptungen kommen, dann hätten wir das in diesen Fragen lösen können. War aber überhaupt nicht nötig. Also ja, dann haben wir eben vier Flyer gehabt. Zuerst die beste Gegend, dann kam unser grüner Flyer, dann kam eine Woche später wieder der nächste beste Gegend-Flyer. Und der Bauernverband, der nicht Teil des Bündnisses war, hat uns total überrascht mit einem wunderbaren Flyer. Die haben sich dann auch noch dagegen ausgesprochen, gegen diese Straßen. Wir haben viel Social Media gemacht, zum Teil auch mit bezahlter Werbung. Wir haben natürlich viele Infostände gehabt, jeden, also in jedem Markttag in Hölzkirchen waren wir da. Zum einen, um Präsenz zu zeigen, wirklich, wir sind viele. Und zum anderen ist im Gegensatz zu diesen Wahlkampfinfoständen, haben wir die Erfahrung gemacht, die Menschen kommen wirklich her, um zu fragen. Die haben ganz konkrete Fragen und wollen was wissen. Ja, dann haben wir eine riesen Aktion gemacht, unter der, ja, organisiert von Apenny Mugtauf, die habe ich vorher leider vergessen. Apenny Mugtauf, ganz wichtiger Verein, der ganz stark auch in dem Bündnis vertreten war. Da haben wir tatsächlich, und eben hat Apenny Mugtauf das organisiert, mit den ganzen Landwirten, die ganze Trasse mit Autos nachgestellt. Wir sind einen Samstagnachmittag, sind alle Autos, Traktoren, Ferievorwerke und so weiter, sind da gekommen und wurde diese Tasse nachgestellt. Das wurde natürlich dann medial aufgearbeitet. Wir haben sogar ein Flugzeug gehabt und das wurde aus dem Flugzeug gefilmt. Und mit Drohnen gefilmt. Und es gibt YouTube-Filme davon. Wenn wir nachher noch Zeit haben, kann ich einen zeigen. Und dann haben wir noch so ein paar Gadgets gehabt, also T-Shirts zum Thema Beste Gegend, Aufkleber Beste Gegend, dann so Sackerl, wo Beste Gegend draufsteht, wo wir dann auch die Infomaterialien reingepackt haben und so Fahrradsattelschützer. Und bestimmt haben wir jetzt noch ein paar Sachen vergessen. Es gibt ja dann eine eigene Dynamik auch noch. Es fällt ja so vielen Leuten was ein und es passiert dann. Jetzt kommst du. Gut, also wichtig schien mir dann auch, dass wir eine gute Karte haben. Das ist die Karte vom Straßenbauamt, wie es auch die Gemeinde dann verwendet hat, wie es bei den Informationen der Gemeinde war, auch Stimmzettel auch sogar. Und da sieht man eigentlich herzlich wenig. Das ist so schön verwaschen, zum Teil die Schrift noch über wichtige Ortsteile drübergelegt. Und rechts oben, die B318, ist auch nicht dargestellt, dass sie ausgebaut werden sollte. Darum habe ich halt geschaut, dass wir eine möglichst gute Karte bekommen. Und habe die von OpenTropo.org, also glaube ich, vorher war die Website eingeblendet, und da haben wir die Karte runtergezogen und da die Trasten möglichst gut eingezeichnet. Rechts oben, dieser rote Balken, ist diese B318, die vierstreibig ausgebaut werden sollte. Das ist die Phase, die von der Autobahn Richtung Tegernsee im Nord-Süd-Richtung verläuft. Und blau und grau sind eben die beiden Abschnitte dieser Südumfahnen, die gebaut werden sollten. Und die Karte ist halt praktisch ausgenau. Da konnten die Leute wirklich schauen, ah, da ist ja mein Haus dann. Da sieht man wirklich viel drauf. Und die haben wir in allen möglichen Varianten dann eingesetzt, die Karte. Zum Beispiel haben wir es auch so mit diesen Smileys versehen, was halt auch so emotional dann ist. Also die unglücklichen Smileys, da rührt sich nichts so im Hauptort Holzkirchen. Gelb ist dann neutral, da hat es eigentlich keinen großen Effekt. Grün, da haben die Leute dann schon einen gewissen Profit von dieser Straße. Und die ganz sauren roten Smileys, das sind die Leute, die halt wirklich neu betroffen sind und plötzlich viel Verkehr abkriegen und wo er eigentlich eine schöne Gegend hat. Und dann die Karte haben wir auch laminiert und hatten die so im A3-Format, glaube ich, an den Infoständen, wo man auch den Leuten auf der Karte wirklich was zeigen konnte. Und wir haben uns auch gefragt, was soll denn diese Smileys und sowas. Das war auch damit gut ins Gespräch gekommen. Ja, dann ist immer die Frage, was ist eigentlich am wichtigsten und was hat uns am besten geholfen. Man kann es ja eigentlich nicht sagen. Ich habe es trotzdem versucht, in eine Reihenfolge zu bringen, wobei es keine Reihenfolge ist, sondern etwas aufeinander aufbauendes. Also die Website ist wirklich ein starkes Rückgrat, auch wenn die vielleicht gar nicht mal so viele Zugriffszahlen hat. Aber ich habe es ja vorher schon erwähnt, es ist einfach ein wichtiger Speicher für uns selber und wir können auf diese Website immer gut verweisen. Aufbauend, dann kommt der Flyer, der ja eigentlich eine Art kondensierte Website ist. Und genau, ja. Ich dachte ursprünglich, es ist eine Art kondensierte Website, aber das war ein gewisser Fehler. Der Flyer-Text ist ganz anders zu formulieren als der Website-Text. Ich dachte immer, wir machen die Website fertig, dann lässt sich der Flyer daraus ableiten, aber es muss ein ganz anderer, kurz und knapp und frägnant geschriebene Text sein als auf der Website. Ja, und darauf aufbauen dann Plakate und die Social Media, die ja, glaube ich, völlig unverzichtbar sind. Und dann gibt es natürlich auch die Gadgets, Veranstaltungen, Infostände und das Ganze gibt eine erfolgreiche Kampagne. So, jetzt kommen wir aber zu unserem Flyer. Also das ist unser Flyer, sozusagen die Außenseite, Rückseite und diese erste Aufklappseite, also rechts natürlich die Titelseite. Ich hatte mir überlegt, dass wir da einen positiven Slogan haben wollten, ist eben dieses Holzkirchen gewinnt, sodass man, wenn man gegen die Straßen stimmt, auf der Gewinnerseite ist dann. Und eben auch klar, die Aufforderung, Holzkirchen gewinnt mit deinen Nein zu diesen Straßen, mit dem Abstimmungskreuz und dass es eben zwei Bürgerentscheide sind zu diesen zwei Abschnitten der Trassen, der Gesamt-Süd-Umfahrung. Und auch klar, natürlich am 20. November, die Kinder mit Fahrrädern natürlich auch so emotional, also nette Kinderaugen, das ist halt auch so ein Blickfang natürlich dann. Und das Luftbild hatte ich mir eben auch rausgesucht und überlegt, dass es auch so ein Blickfang ist, dass man Holzkirchen anders sieht, als man es sonst sieht und eben auch nicht wie bei einem normalen Wahlkampfflyer irgendein Kandidatengesicht von einer Partei, die man nicht mag. Das schmeißt man sofort weg und hier hat man eben ein Luftbild, wenn man es sonst nicht kennt, weil es gehe ich nicht schön vor den Bergen und da hinten über die grüne Wiese, ziemlich nah am Ort vorbei, wäre eigentlich diese Trasse verlaufen. Denn diese Darstellung sieht so aus, als ob es nah am Ort vorbei wäre. Und auf der Innenseite eben auch wieder die gute Karte, möglichst groß, dass man möglichst viel sieht. Und an dem Text habe ich ziemlich lang herumgefeilt dann. Zum Text, paar Sachen mit dem Wording noch. Also man weiß natürlich nicht, was natürlich nachher wirklich gut wirkt. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht so Allgemeinplätze sagt, sondern das Allgemeine immer mit etwas sehr Konkreten verbindet. Also dass man nicht sagt, neue Straßen sind klimaschädlich. Das erwartet jeder von den Grünen, dass sie sowas sagen. Und dass man sagt, diese Straßen bringen noch mehr klimaschädlichen Autoverkehr in unsere Region. Und dann ganz konkret die Zahlen, wie viel mehr Autoverkehr durch diese Straßen kommen. Oder auch nicht, dass man sagt, Flächenverbrauch ist schlecht, sondern diese Straßen verbrauchen wichtige landwirtschaftliche Fläche und die Existenz von drei Landwirten wird dadurch vernichtet. Auch wichtig, glaube ich, ist, dass man den Befürworten durchaus ein bisschen was zugesteht und nicht alles pauschal ablehnt. Diese Straßen sind total Mist, sondern eben der Nutzen des Kleinen darstellt, wo ein bisschen was passieren würde. Natürlich ist keine Straße, die geplant wird so, dass niemand davon profitiert. Und die, die davon profitieren, die kann man schon ein bisschen darstellen, aber eben klar zeigen, der Schaden ist insgesamt viel größer als der kleine Nutzen für ein paar wenige. Und für die paar wenigen haben wir hoffentlich andere Konzepte, mit denen wir auch was machen können. Und alles, was man hier behauptet, natürlich auch möglichst mit Substanz versehen. Also zum Beispiel haben wir die Kosten auf über 100 Millionen geschätzt. Das Straßenbauamt ist das sogar von den Kosten, die sie im Gemeinderat mal genannt haben, deshalb dann zurückgerudert. Und diese 100 Millionen scheinen nach meinem Eindruck den Befürworten wirklich wehgetan zu haben. Aber das ist eine Schätzung, völlig mit Substanz auf Basis der Zahlen vom Straßenbauamt. Mit dem Zuschlag, weil diese Schätzung vom staatlichen Bauamt stand ja auf Kostenstand 2015 mit heutigen Kostensteigerungen und in die Zukunft, bis diese Straßen überhaupt gebaut werden. Und mit dieser rot eingezeichneten Straße, diesem Ausbau der B318, die bei allen Kosten, die vom Straßenbauamt genannt wurden, nie dabei war. Ja, das ist jetzt der Flyer, der erste Flyer, mit dem wir rausgegangen sind, von dem Bündnis Beste Gegend. Da sieht man also hier das eine Logo von auf der Startseite von Beste Gegend. Und auf der Rückseite waren eben da die Bündnispartner mal genannt und auch gezeigt. Dann sind wir auch auf die Information auch noch gegangen, haben da den Bürgerentscheidungen dargestellt, um was es eigentlich geht. Aber dann auch schon dieses Generationenthema angesprochen, dass man zweimal Nein ist ein Ja zu unserer Heimat und bitte denkt an eure Kinder und Enkelkinder bei der Entscheidung. Das war dann der zweite Flyer. Das war halt ähnlich aufgebaut, aber dann doch ganz anders. Da gefällt mir vor allem diese Innenseite ganz gut. Dieses Wir-Stimmen mit Nein, weil und dann kommen da irgendwelche Aussagen. Ich finde das auch emotional recht ansprechend. Der grünen Flyer war dann eigentlich sehr informativ und wenig emotional, aber weil wir es uns eben aufteilen konnten, die beste Gegenflyer, die ja die emotionale Schiene besetzt haben. So, dann unsere Plakate. Das waren dann die Plakate der Grünen, also links natürlich auch wieder die Karte. Und wir haben auch wirklich gesehen, dass Leute an den Plakatwänden stehen geblieben sind, die die Karte genau angeschaut haben und eben auch wieder die 100 Millionen hier drauf geschrieben. Rechts das Bild, das wir auch im Flyer hatten und auch, dass wir mit dem Slogan so ein bisschen variieren konnten, also Holzkirchen gewinnt, aber dann mit den Kindern eben auch einfach unsere Zukunft gewinnt. Und eben auch mit weiteren Bildern, das sind zum Teil einfach Stockfotos, das ist nicht in Holzkirchen unbedingt. Und statt zu diesen Straßen dann eben auch mal zu den Nein, Nein, zu den Umfahrungen. Die Stadt Holzkirchen gewinnt, wir alle gewinnen. Und dass man einfach so das zwar durchgehend gehabt hat, aber ein bisschen damit spielen konnte, das variieren konnte. Das links, groß und klein, war eigentlich für die zwei stark betroffenen Ortsteile groß und klein, der hat Penning gedacht und spielt natürlich mit den Ortsnamen. Letztlich haben wir es dann gar nicht in den Plakatpenning plakatiert, sondern es war eher so ein Blickfang an den Infoständen, wo auch wirklich Kinder ihre Eltern zu diesen Plakaten gezogen haben. Dann ist man halt mit denen ins Gespräch gekommen. Und rechts, Marschall, ist eben auch von diesem Ausbau der 318 stark betroffenen Ortsteile gewesen. Da habe ich halt auch das Luftbild verwendet, das bin ich nicht mehr sicher, ob man es überhaupt dann nachher so plakatiert hat. Überall hat die grüne Sonnenblume, aber auch das Logo von Beste Gegend drauf, weil es halt gemeinsam in dem Bündnis war, aber unsere grünen Plakate bei dem Ganzen. Dann haben wir mit dem Bündnis einige Plakate gehabt. Ich habe jetzt nur ein Beispiel oder zwei Beispiele gezeigt. Das waren dann so Großplakate, also eigentlich vier, also vier, drei Plakate auf die gemeindlichen Wände, die dann ein Plakat ergeben haben. Rechts oben sieht man mal diese Blechschlange zum Beispiel. Dann haben wir Social Media Kampagnen gemacht. Also wir haben in drei Wellen Werbung geschaltet über Insta und Facebook. Die erste Welle war rein informativ, also da haben wir auch wieder die Karte gezeigt. Und eben die Leute darauf aufmerksam gemacht, dass jetzt dieser Bürgerentscheid ist. Die zweite Welle waren dann die Testimonials. Das sind praktisch unsere sechs Gemeinderäte, unser Bundestagsabgeordneter, dann unsere ganz frühere Gemeinderätin und ich. Wir haben also da diese Testimonials gemacht. Das sind jetzt hier diese drei Beispiele, wo man eben aber auch immer dieses zweimal Nein zu den Umfahrungen mit dem Bürgerentscheid. Das haben wir also überall ganz konsequent verfolgt. Und dann haben wir noch was gemacht, dass wir also wirklich ganz zum Schluss nur noch versucht haben, die Leute zu mobilisieren und wirklich an die Urne zu bewegen. Da haben wir dann auch so emotionale Posts weiterverbreitet und auch wirklich per Werbung geschaltet. Natürlich immer mit dem Text daneben, du hast noch Fragen, informiere dich da und da. Das ging natürlich alles. Und das ging eigentlich ziemlich gut. Ich weiß, dass die Zahlen nicht mehr auswendig sind, aber das haben schon zweieinhalb Tausend oder dreitausend Leute angeschaut jeweils. Und kam dann sogar in der Zeitung, bei der Stichelhex, sozusagen als Kritik, dass das der Tiefpunkt der ganzen Kampagne gewesen sei, dass man nur noch nette Tiere zeigt. Aber nun gut. Also gut funktioniert. Die Stichelhex ist eine Glosse im Halskirchener Merkur, also der hiesigen Lokalzeitung. Also dass diese ganzen Aufrufe zur Wahl funktioniert haben, zeigt eben auch diese enorme Wahlbeteiligung, die wir gehabt haben. Bei 56, nein, 65 Prozent. Nein, 56 Prozent. 56 Prozent bei einem Bürgerentscheid, der nicht gleichzeitig mit anderen Wahl stattgefunden hat. War jetzt schon eine sehr hohe Wahlbeteiligung. Genau. Ja, dann haben wir auch, hier will ich zwei Sachen zeigen. Das eine ist, wir hatten dann ein T-Shirt, das die Gegend, das wurde auch beim sogenannten Marktlauf erwendet, wo ein ganzer Pulk aufgetreten ist. Ja, und wir haben dann, hier ist rechts unser Fraktionssprecher, Robert Wichmann, und ich, wir haben dann eben Karl Bär in Berlin dieses T-Shirt noch überreicht. Und dann hatten wir noch so Vattelschützer und die wurden auch an einem Tag mal an alle Fahrradl in Hützkirchen, also am Bahnhof, verteilt und dann gepostet. Ja, dann hat Bündnis Beste Gegend auf Basis dieser Frequently Asked Questions einen Faktencheck gemacht und da eben die 24 Tage vor der Abstimmung jeden Tag einen Faktencheck veröffentlicht. Und jetzt habe ich hier geschrieben, dass ich noch einen Film euch zeige von der, von der besten Gegend, eben von der Blechschlange. Also wenn ihr das noch wollt, könnten wir das machen, aber ich konnte es jetzt einfach nochmal erstmal noch weitermachen, weil es doch schon ein bisschen fortgeschritten ist. Ihr könnt die Filme auch auf YouTube Beste Gegend, Hützkirchen, alle finden. Und vielleicht nicht alle, es sind ja ungefähr 20 gedreht worden. Aber wir haben jetzt einfach noch die Tipps zusammengestellt, die wir vor euch haben. Also jede Ortsumfahrung hat ihre ganz individuellen Herausforderungen und die muss man kennen und darauf eben dann die Strategie aufbauen. Und es ist wichtig, dass man ganz frühzeitig eben eine Alternative zu den Umfahrungsstraßen ausfindig macht oder eben auch erst schafft. Zum Beispiel mit einem Mobilitätskonzept und das auch immer kommuniziert. Team bilden und die Kampagne ganz strukturiert aufsetzen, ein starkes Bündnis anlegen. Ganz wichtig ist, dass man wirklich von Anfang an präsent ist, also tatsächlich immer wieder auch mal Informationen rausgibt, berichtet über den Verlauf, was ist jetzt aktuell los. Aber dann, wenn jetzt zum Beispiel Bürgerentscheid ist oder was auch immer da ansteht, dann wirklich von Anfang an präsent sein und den Anfang nicht der Gegenseite überlassen. Dieser Dreiklang informieren, emotionalisieren, aktivieren sollte in jeder Botschaft drin sein. Immer positiv sein, also zuversichtlich, leidenschaftlich, positiv, ideenreich, auf rechtskonforme Durchführung achten. Ohne Social Media geht es gar nicht. Also das war sicher ein großes Banko, der Straßenbefürworter, dass die das nicht hatten. Und dann eben auch ein Markus Büchler fragen, der sich da wahnsinnig gut ausfindet. Das hat uns wahnsinnig geholfen, Markus, was du gesagt hast. Was würden wir anders machen? Entscheidungsstruktur im Team anfangs festlegen. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben letztlich das dann irgendwie so entwickelt, dass wir uns konsensual immer geeinigt haben. Oder manchmal hat er da jemanden nachgegeben. Sollte man am Anfang einfach kommunizieren, wie man es macht. Bei den Infoständen die Orga in eine Hand geben. Wir haben es am Anfang so versucht, dass mal der eine Bündnispartner mal der andere den Infostand plant. Das gelingt aber nicht, sondern man muss Routine entwickeln und dann eben auch per Nudel zum Beispiel ausmachen, wer wann an dem Infostand steht und wer dafür verantwortlich ist. Und der Hannes hat schon gesagt, Webseiten und Flyer unabhängig voneinander konzipieren. So, das wäre es erstmal, wenn ich, ich könnte euch natürlich jetzt noch auch sagen, wie es weitergegangen ist in Holzkirchen. Ja, gerne Ulrike. Vielleicht ganz kurz. Ich wollte nochmal an alle Teilnehmenden sagen, dass ihr Fragen stellen könnt. Und ihr könnt die Fragen in das Fragetoolbox schreiben. Das findet ihr sicherlich. Einige Fragen sind auch schon eingegangen. Allerdings konnten einige auch schon von Fabian und von mir und von der Mari und von meinem Team beantwortet werden, sodass jetzt gar nicht so viele momentan offen sind. Darum habe ich jetzt auch nicht auf die Tube gedrückt, sondern euren wunderbaren Vortrag in aller Ruhe euch zu Ende halten lassen. Und wir könnten gerne auch noch den Film anschauen. Wie lange dauert denn der? Ich glaube, zwei Minuten. Ja, den bringen wir auf jeden Fall noch unter. Also der Hinweis an die Fragenbox, ihr könnt es gerne noch nutzen. Und wir werden die danach beantworten. Jetzt möchte ich aber erst einmal euch danken für den tollen Vortrag bis jetzt, der hoch informativ war. Und ich finde, ich habe es ja so ein bisschen beobachtet, was ihr macht. Deswegen daher ja auch die Einladung heute. Das war so wie aus dem Lehrbuch, wie ihr das aufgezogen habt. Also es gibt kein Lehrbuch, wie verhindere ich einen Straßenbau, aber so könnte man es schreiben. Ich glaube, da habt ihr zusammen mit euren vielen Bündnispartnern einfach alles richtig gemacht. Vor allem eben erst mal Bündnispartner gefunden und zwar auch noch einen Haufen. Dann eben, wie du sie auch gerade zusammengefasst hast, nur positive Botschaften gesetzt und zwar mit Fakten und auch Alternativen dazu. Und nicht nur dagegen, sondern für etwas. Das, glaube ich, ist ganz entscheidend und ihr habt das Ganze emotional transportiert mit Menschen, insbesondere auch mit Kindern auf dem Bild. Das trauen sich viele nicht, das ist aber absolut sinnvoll. Und was mich total begeistert, sind also dieses, was als Tiefpunkt bezeichnet wurde, diese Tiere, diese Tierbotschaften. Da schreckt man vielleicht erst mal zurück, auch als Grüner und sagt, na, geh weiter, jetzt wird es kindisch oder so. Aber nein, genau das ist es, das ist das, wo die Leute stehenbleiben, wo sie hinschauen und wo man Aufmerksamkeit einfach erregt. Und das ist ja der Witz von Werbung, die Leute zum Nachdenken bringen, Aufmerksamkeit, Eyecatcher, Blickfang machen. Und da sind Tierbilder und auch Kinderbilder einfach tatsächlich geeignet. Vor allem halt, wenn man Menschen in Bewegung zeigt und so weiter, wie ihr das erhaltet, am Rad, am Roller und so weiter. Also ganz fantastisch, kann man euch nur gratulieren, auch wenn es jetzt schon vier Monate und ein Tag her ist. Das ist nochmal Gratulation zu eurem Erfolg. Sagt uns doch gerne noch kurz, wie es weitergeht und den Film und dann machen wir die Fragen, die eingegangen sind. Das macht dann der Fabian und die Marion. Okay, also wie ist es weiter? Ist die Straße jetzt tatsächlich tot? Ja, es scheint so. Also das Votum der Gemeinde wurde an die staatliche Bahn gemeldet. Also 60 Prozent gegen die Südumfahrung und 70 Prozent waren ja gegen diese weitere Umfahrung von Saar-Penning und Kurzenberg. Und das Bauamt hat schon bestätigt, sie planen da nicht weiter. Aber jetzt wollen wir natürlich auch das Mobilitätskonzept umsetzen. Und da brauchen wir viele Akteure, also natürlich Bund und Länder. Der Landkreis, also wir sind ja jetzt auch im Februar dem MVV beigetreten. Und wir brauchen auch im Landkreis natürlich mehr Ausbau über den Fahrrad. Ja, und der Gemeinderat, der muss ja jeder einzelne Maßnahme aus unserem gemeindlichen Mobilitätskonzept zustimmen. Und da muss man sagen, eigentlich ist Business as usual. Wir haben im Januar war Abstimmung, wo es darum ging, der Marktplatz soll ja etwas neu geplant werden. Was ist der Planungsumgriff? Da gibt es so eine kleine Straße zwischen dem Marktplatz und dem Rathaus. Und da wurde aber mehrheitlich gesagt, nein, nein, die braucht man unbedingt weiter, obwohl das Mobilitätskonzept selber aussagt. Die braucht man eben nicht. Da kann man durchaus Lösungen finden für die Rettungsfahrzeuge und die Feuerwehr, die natürlich da durchkommen muss. Aber ja, da ging es eigentlich weiter wie gehabt. Also das war etwas ernüchternd. Ja, was können wir jetzt tun? Das ist natürlich, das wisst ihr auch, also wir müssen den Bundesverkehrswegeplan eben überarbeiten und auch den Klimaschutz einbauen. Wir müssen die StVO ändern und zum Beispiel eben dieses Tempo 30 auf den Durchgangsstraßen zumindest ermöglichen. Was auch nicht alle wollen, also Wetzkirchen ist ja auch dem Bündnis beigetreten, diese Initiative, dass man eben sich einsetzt, Tempo 30 auf Durchgangsstraßen selbst bestimmen zu können. Sogar da gab es Leute, die dagegen stimmt haben, dass man das überhaupt selbst bestimmen kann. Ja, vor Ort unsere Gemeinderatsfraktion und unser Grüner AV haben jetzt einen neu gegründeten Arbeitskreisverkehr, die eben mit dem Ziel, die Öffentlichkeit zu mobilisieren, damit eben dieses Mobilitätskonzept seitens der Gemeinde besser umgesetzt wird. Also mittels dieser Arbeitskreisverkehr wird der Gemeinderatsfraktion eben zuarbeiten mit Anträgen und Öffentlichkeitsarbeit. Und das Bündnis Beste Gegend wird es auch weitergeben. Du setzt dich jetzt gezielt ein, zum Beispiel jetzt eben bei dem Ratentscheid, der hoffentlich kommt, das wissen wir noch nicht. Dann eventuell beim Ausbau der A8. Gegen den Ausbau der A8. Ja, gegen den Ausbau. Und begleitet jetzt auch weiter über das etablierte Social Media mit Informationen aus anderen Gegenden. Das ist das, was jetzt so weitergeht. So, und jetzt muss ich mal schnell schauen, dass ich es zu diesem Film kommt. Ah, du, der Film, wir hätten wir gerade, ich habe mich gerade noch per Chat mit Fabian und Marion abgestimmt. Machen wir es so, dass wir jetzt erst die Fragen dran nehmen und wenn wir ganz am Schluss sind, dann können wir den Film noch laufen lassen und wer mag, kann ihn sehen. Alle anderen finden den Link schon im Chat, der an alle rausgegangen ist und können ihn sich da auch sichern und im Nachgang anschauen. Genau, insofern kommen jetzt bitte die ersten Fragen. Ja, wir hätten noch mal eine Nachfrage zu dem Bürgerentscheid, der ja nicht aufgrund eines Bürgerbegehrens zustande kam. Vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Du hattest ja erzählt, Ulrike, dass die Bürgermeister das selbst auch so vorgeschlagen hatten. Es wurde jetzt hier ein Beispiel auch genannt, wo es eben ein Bürgerbegehren gab auf einen, gegen ein Ratsbegehren, ein Bürgerentscheid gegen ein Ratsbegehren. Vielleicht könnt ihr das noch mal ein bisschen erklären, wie es bei euch war. Ja, also wir schon bei der Kommunalwahl 2020 haben uns halt klar positioniert, dass wir da einen Bürgerentscheid haben wollen zu dieser Frage und sind so auch in den Kommunalwahlkampf gezogen. Haben uns auch klar positioniert, dass wir gegen diese Straßen sind. Und die anderen Parteien haben sich auch eher so geäußert, dass sie diese wichtige Frage für Holzkirchen die Bürgerentscheidung lassen wollen. Und dann war eigentlich Konsens im Gemeinderat, der 2020 erneu gewählt war. Wenn die Trassen festliegen, gibt es dann ein Ratsbegehren, das ein Bürgerentscheid einleitet. Bei einem anderen Fall, bei einem Ratsbegehren kann man ja keinen Bürgerentscheid dagegen setzen, sondern nur bei einem Bürgerbegehren kann der Rat dann selber noch bei Ratsbegehren eine alternative Frage dagegen setzen. Also dann gibt es eben zwei Fragen bei einem Bürgerentscheid. Und zwar der Fall eben so, dass es durch ein Ratsbegehren zu den Bürgerentscheiden gekommen ist. Vielen Dank. Wunderbar, Dankeschön. Dann hätten wir noch meine Frage. Ja, Entschuldige. Na, bitte. Das beantwortet das, die Frage hoffentlich. Ich gehe davon aus. Dankeschön. Dann hätten wir noch die Frage. Das ist ja alles wahnsinnig professionell gewesen bei euch und groß aufgezogen. Und ihr hattet wahrscheinlich ein dementsprechend großes Budget. Wie habt ihr das finanziert? Wie habt ihr die Kosten zusammenbekommen? Und was wäre eure Einschätzung? Was wäre so die Mindestsumme, die man denn bräuchte, um überhaupt wirksam nach außen hin auftreten zu können? Oder vielleicht könnt ihr dazu noch was sagen? Also wir haben natürlich viel ehrenamtlich gearbeitet. Also der Johannes hat ja die Grünen frei gemacht. Und die Plakate. Für sehr wenig Geld, sagen wir mal so. Wir hatten da schon für beste Gegend eine Grafikerin, die aber auch zum Selbstkostenpreis gearbeitet hat. Also es waren ganz viel engagierte Leute, die sehr viel ehrenamtlich gearbeitet haben. Wir haben eben diese Bürgervereinigung gehabt, oder die gibt es ja noch, aber die praktisch ihr Vermögen zur Verfügung gestellt hat. Was sie über Jahrzehnte angesprochen hat, auf diesen Tag extrem. Und ja, wir haben dann von jetzt grüner Seite haben wir ungefähr 2000 Euro ausgegeben. Das ist natürlich jetzt nicht sehr viel, aber wir haben natürlich die Bürger, also wir haben, ja jeder Bündestatner hat praktisch einen Betrag auf das Konto der Bürgervereinigung eingezahlt. Und davon ist das meiste dann bezahlt worden. Aber es gab natürlich auch Spenden, es gab auch, ich will es mal Sponsoren nennen, aber man kann da spenden. Also es gab schon auch Leute, die sich immer auch finanziell eingebracht haben, muss man sagen, gespendet haben. Das meiste aber über beste Gegend wurde das generiert. Aber die haben das zum Teil auch andere Vereine bezahlt, also gespendet. Das war unterschiedlich. Wir haben auch ein paar Spenden bekommen. Also vielleicht nur so als Vergleichswert, wir haben in meiner Gemeinde auch mal einen Bürgerentscheid gewonnen gegen eine Umgehungsstraße, die allerdings verknüpft war mit einem gigantomanischen Gewerbegebiet. Das hat die Leute da noch mehr gestört als die Umgehungsstraße. Das ist also nicht derselbe Fall. Aber wir haben da auch in 13.000 Einwohnergemeinde mit mehreren Wellen informiert. Das ist schon zehn Jahre her, da war Social Media jetzt noch nicht so groß. Aber natürlich auch Website und so und auch Fakten und Positiv haben wir damals auch schon gemacht. Und Bündnispartner hatten wir auch. Und wir haben da, wenn ich mich richtig erinnere, vor zehn Jahren auch so 2.000, 3.000 Euro zusammengekratzt von allen Beteiligten. Also alles in allem war es natürlich mehr. Die Grünen allein haben die zwei Chance ausgegeben. Ja, also es war dann schon mehr, aber... Ja, gut aufgelegt. Und was vielleicht auch noch ist, gerade die Social Media-Werbung, die kostet ja sehr wenig. Also da kann man echt viel machen und viel erreichen für wenig Geld. Genau, wenn man das so lokal eingrenzt und ja nicht bayernweit schaltet, was ja keinen Sinn machen täte, dann ist es ja nicht toller. Genau, haben wir noch weitere Fragen? Also haben wir, weiß ich, aber ich habe noch weitere aufbereitet. Ja, es gab noch ein paar Fragen zu dem Mobilitätskonzept, das bei euch beschlossen wurde. Wie sieht es genau aus, beziehungsweise wie sehen die Alternativen aus in diesem Mobilitätskonzept? Ja, das ist ganz spannend. Denn letztlich ist das, also es geht natürlich darum, dass man möglichst wenig Leute, also dass möglichst wenig Leute Autofahren und die eben auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Und dazu eben ganz konkret dieses Autofahren innerhalb von Holzkirchen eben auch erschweren und natürlich mit anderen Verkehrsmitteln erleichtern. Also tatsächlich zum Teil, also letztlich im Ausbaustadium dann, gibt es die Straßen auch schließen für den Motorisierten in dem Mobilitätsverkehr, dass man nur noch einen Bus durchfahren kann und durch die Blaulichtorganisationen und der Radgriff muss. Also dass man Straßen für den Nief schließt, bestimmte Straßen. Natürlich waren dann, gibt es dann auch wieder Voraussetzungen kleinerischer Art und du kannst natürlich auch nicht Staatsstraße dann so leicht schließen. Aber letztlich läuft es auf sowas hinaus. Das heißt, Sektorenkonzept, das haben wir dann auch in unseren FAQs noch erklärt. Das ist allerdings relativ wenig bekannt gewesen, dass es so weit geht. Aber wir haben es eben, wir haben es jetzt auch nicht wahnsinnig forciert, weil es eben noch zu unbekannt war. Also zur Geschichte davon noch, wir Grünen haben halt ewig lang schon an den Gemeinderat sozusagen oder im Gemeinderat daran hingebohrt. Dass Holzkirchen halt viele andere Verkehrsprobleme hat und selbst wenn irgendwann eine Südumfragen kommt, das nicht alle Probleme löst, dass die Gemeinde vernünftige weitere Verkehrsplanung braucht. Und der Gemeinderat hat daraufhin schließlich dieses Verkehrskonzept in Auftrag gegeben und dann auch wirklich einstimmig beschlossen. Und das untersucht eben den Blockierer in ganz Holzkirchen, steckt dafür Maßnahmen vor und eben auch unabhängig von einer Südumfragen. Also einer der Gemeinderat hätten nie ein Verkehrskonzept zugestimmt, das gesagt hätte, wir brauchen keine Südumfragen, sondern es wird dargestellt, mit Südumfragen können wir das machen, ohne Südumfragen können wir das machen. In beiden Fällen, unabhängig davon, ob der Bund diese Straße jemals baut oder nicht, können wir das auf jeden Fall machen. Und diese ganzen Maßnahmen sind eben so dargestellt, kurzfristig, mittelfristig, langfristig und müssen halt Stück für Stück eigentlich umgesetzt werden vom Gemeinderat. Was jetzt jedes Mal immer noch wieder ein Kampf ist, dann mit einer Gemeinderatsfraktion. Also vielleicht kann man so sagen, das Prinzip ist eigentlich, dass die Wege, die man mit dem, also wenn ich von A nach B will, dass ich dann, wenn ich Auto fahre, kann ich das machen, brauche aber länger dafür und es ist komplizierter und umständlicher, als wenn ich mit dem Fahrrad fahre. Ja, so sollte das eben sein. Also es ist auch die Internetseite von der Gemeinde Nachwesfahr. Das bietet sich vielleicht noch ein Hinweis an und zwar sind schon zwei oder drei Nachfragen in die Richtung, in formaler Hinsicht, wie kann man denn gegen eine Bundesstraße vorgehen mit einem kommunalen Projekt, wenn es doch ein Bundesprojekt ist und eine Bundesstraße. Und dazu kann ich euch berichten, dass so ein Bürgerentscheid sehr, sehr viel Sinn macht. Der kann zwar nicht darüber abstimmen lassen, eine Frage stellen, soll der Bund die Straße bauen oder nicht, weil ein Bürgerentscheid kann nur kommunale Entscheidungen betreffen, aber man kann eben Fragen, also auch über Bürgerbegehren zum Beispiel, vorschlagen oder eine Frage stellen lassen. Soll die Gemeinde alles tun oder alles unterlassen, dass es zu diesem Projekt kommt oder soll eine Stellungnahme entsprechend abgegeben werden beispielsweise und der Witz ist dann juristisch zwar keine große Wirkung sozusagen, ob jetzt eine Gemeinde so oder so in der Stellungnahme was reinschreibt, das wird jetzt im Bundestag nicht massiv beeindrucken. Da kommen viele Stellungnahmen daher, aber die entscheidende Wirkung, die man erkennen kann und muss, das ist auch die Straßenbauämter, die da tätig sind und die haben die Situation, dass sie sowohl den Bundesverkehrswegeplan, den Straßenteil umsetzen müssen, als auch den Staatsstraßenausbauplan umsetzen müssen und die ja auch für den Bestandserhalt und Sanierung und Erneuerung zuständig sind. Und die sind hoffnungslos überfrachtet, also in einem ähnlichen Ausmaß wie bei der Bahn, die wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen sozusagen, weil diese Projektpläne so vollgepackt sind von Politikern, die alle bei sich vor Ort irgendwo ein Strassel versprochen haben. Und deswegen sind die völlig überfrachtet und trachten danach sozusagen mal irgendwas abhaken zu können und sich nicht jahrzehntelang überall zu verplanen und dann sich einen Rüffel einzufangen, halt auch von oben her, ihr bringt ja nichts weiter, es ist ja nichts passiert, außer Papier. Und deswegen macht es auf die massiv Eindruck, wenn irgendwo massiver Widerstand da ist und gar ein kommunaler Beschluss, sodass man weiß, die Leute wollen das nicht, die wehren sich da und sind wahrscheinlich dann auch je nach Grundstückslage und so weiter klagebereit, dann kann man die große Hoffnung haben, dass da ein großer Bogen drumherum gemacht wird. Und zwar nicht mit der Straße und den Orts, sondern von den Planern um das Projekt. Und das hat also schon, wo lauter Widerstand da ist, wird das Projekt unwahrscheinlicher. Und deswegen kann man das nur empfehlen, so vorzugehen. Ich weiß nicht, ob ihr da was ergänzen wollt dazu, das haben zwei, drei Leute schon nachgefragt gehabt. Also bei uns war die Fragestellung natürlich auch nicht, sollen wir diese Straße bauen, sondern soll sich die Gemeinde bei allen staatlichen Stellen dafür einsetzen, dass diese Straße kommt oder nicht. Und zwar im Vorfeld eben auch vom staatlichen Bauamt klar die Aussage, sie wollen ein Votum der Gemeinde, das sie dann berücksichtigen oder sie wollen ein klares Votum der Gemeinde. Was wirklich klar heißt, wurde dann eigentlich nicht gesagt. Es hätte auch der Gemeinderat was sagen dürfen. Ich weiß nicht, mit welcher Mehrheit das dann klar gewesen wäre für das staatliche Bauamt. Und vermutlich, wenn jetzt der Bürgerentscheid knapp für die Straße ausgegangen wäre, wäre das auch nicht so toll für das staatliche Bauamt, weil dann halt auch klar ist, dass viel Widerstand hier vor Ort da ist, da würden sie wahrscheinlich auch nicht so begeistert weitergeplant haben. So der Fall, dass wir natürlich den Bürgerentscheid gegen die Straßen gewonnen haben, ist jetzt schön, weil das für das staatliche Bauamt auch klar ist, da planen wir nicht weiter. Gut, jetzt ist schon Simi, was haben wir denn noch? Marion? Wir hätten noch eine ganz praktische Nachfrage, wo ihr eure Bilder hier habt. Habt ihr die Fotos selber gemacht oder welche Quellen habt ihr dafür gehabt? Also es gibt von den Grünen, der Grünen Wolke, Pixabay-Fotos, glaube ich. Da waren, glaube ich, auch die Kinder mit dem Fahrrad her. Und die Tiere? Die Tiere waren, glaube ich, von... Also die Tiere waren eigentlich fast alle von Pixabay, also die zwei Kühe, die waren von mir. Das Groß und Klein war von Eisdorffoto, glaube ich. Das Luftbild, das ist ein Luftbildfotograf mit einer eigenen Website. Kann ich raussuchen, habe ich jetzt gerade nicht einen Fahrrad, der eben in Oberbayern ziemlich viel fotografiert, wo man das Bild für einen geringen Betrag erwerben konnte, für die Bildrechte. Die anderen waren fast alle frei, ein paar waren halt auch mit 10, 20 Euro dann die Bildrechte dabei. Die Karte ist frei, das ist eben das OpenTropoLab.org, wo man halt immer das Copyright angeht. Also da auch noch der Hinweis, immer schön auf die rechtliche Korrektheit achten, also VG-SDP auch immer korrekt angeben, auch auf den Plakaten und immer das Copyright angeben. Anders als bei einem normalen Wahlkampf, wo die Parteien sich vielleicht ein bisschen beharken, sich aber wegen sowas dann doch nicht irgendwie in den Karren fahren. Bei so einem Bürgerentscheid mit den Befürwortern wirklich darauf achten, dass man alles korrekt macht, weil zum Teil die Gegenseite einen dann wirklich versucht hat, in den Karren zu fahren. Aber jedenfalls die Fotos halt überall zusammengesucht sozusagen. Und es gibt ja große Webseiten im Internet mit ganz vielen Fotos, wo man halt nach Themen sortiert was finden kann. Und die Bildrechte kosten entweder gar nichts oder halt wirklich 10, 20 Euro dann für so etwas. Genau. Schön. Haben wir noch was, Marion? Okay. Dann würde ich noch gerne, bevor wir auf den Film gleich noch schauen, noch ganz kurz einen Ausblick wagen. Und zwar, wir haben im Mai ja die Verabschiedung des grünen Wahlprogramms zur Landtagswahlprogramm. Das ist ja schon, da hat ja diverse Schleifen schon gezogen über die Landesarbeitsgemeinschaften, auch bei uns in der Landtagsfraktion und den ähnlichen Beteiligten. Und ich bin froh, dass wir da auch eine klare Aussage drin haben, in dem Sinn, wie ich es vorher gesagt habe, das Straßennetz in Bayern ist fertig. Und es geht um die Sanierung und Unterhalt und nicht mehr um den weiteren Aus- und Neubau. Im Bayerischen Landtag sieht man das ganz anders. Bei unseren Haushaltsberatungen bin ich für dieselbe Aussage von allen anderen Fraktionen schallend ausgelacht worden. Da sind wir also die Einzigen. Aber umso klarer für uns daher unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir im Landtagswahlprogramm verankert haben werden. Und mit Sicherheit, je nachdem, wo sie dann Themen auch gerade hochkocht, jetzt über den Sommer werden wir es sehen, versuchen werden, auch dieses Thema als wichtiges Klimaschutz- und Verkehrswende-Thema zu platzieren. Sehr schön, haben wir viele Anregungen bekommen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch und uns allen einen schönen Abend.